Liebe Geschwister, ich habe heute Nachmittag vor dem Sonnenuntergang noch etwas Wunderschönes gesehen am Himmel. Es ist unglaublich. Ich möchte nichts interpretieren, aber ich kann da schon die Engel erkennen. Ja, da ist die Flügel, da ist der Kopf und da ist die Trompete. Also wenn wir das zweite Foto anschauen, da ist das deutlicher zu sehen. Und dann habe ich im Photoshop ein bisschen das gedreht. Also so erkennt man das umso mehr, wenn es steht. Aber es war eindeutig in diese Richtung, dass die Engel, ja, also irgendwie so, ja, ich weiß nicht, wie ich das im Photoshop zeigen soll. Und es tut mir leid, dass ich so primitiv das mache mit dem Video. Nämlich, ich habe keine Ahnung, wie man richtig Bildvideos macht und Slideshow. Also ich hoffe, das passt so. Und ich hoffe, das bedeutet schon etwas Schönes für uns und dass wir bald verschwinden werden. Nämlich, heute ist der letzte Tag vom Winter und morgen Vormittag, ja, ist Neumond in Jerusalem und auch bei uns in Deutschland. Und morgen fängt die Frühling an. Gottes Segen an euch.